so leute willkommen zu einem weiteren part von let's play pokémon platin edition und ja wir gehen jetzt wieder weitermachen nicht schnell genug mache ein bisschen hin hopp ich komme doch schon ich habe nur auf der eislinse noch trainiert ja es war auf der eislinse und ja es geht jetzt mit der story voran als wird jetzt richtig vorangehen und wir werden uns vielleicht schon auf den weg zum siebten arena machen hey chaos ja ja hier geht es lang als gut opi ich habe kaufsberg gebracht wie ich gesagt habe und nun bin ich auch schon wieder weg ja ich verstehe schon es sind alle ja kaos und die anderen hören zu daran dass ich die wirklich von pokémon studieren aber mehr studiere desto mehr geheimnisse tauchen auf pokémon die sich entwickeln und solche dies nicht tun was durch die zwischen diesen beiden entwickelt sich nur die die noch nicht ausgereift sind was wir den weg der punkt man sich nicht entwickeln müssen wir dann annehmen dass diese probleme schon ausgereift sind ich habe eine bitte an euch an der 13 von sind und leben 3 ist uns pokémon wenn wir daten über diese pokémon bekommen könnten oder das vielleicht etwas licht auf die prozesse der entwicklung von pokémon werfen ich bin wirklich dies bei dieser unterfangen die hilfe jedes einzelne von euch helfen mir pokémon zu finden die als illusions pokémon gelten was ist das denn ich habe ich kein pokédex und wer ist aus den labor geradet sie von einer tarantel gestorben bevor ich ihm ein pokédex geben konnte aber das denke von gestern wo ein guter trainer zu werden ist auch wichtig wo man mit eigenen augen zu sehen so können wir sie können auch nicht sehen ich werde mit meinem pokédex helfen du bestimmt auch chaos oder nicht ich hätte euch auch ohne egal es gibt drei seien und ihr seid drei trainer zeitig auf so dass jeder ein seh und sucht du gehst zum seel der wahrheit wird gemacht jetzt möchtest du zum seel stärke geht das würde ich fast bis nach blitz nach der weg dort sind es schwierig aber das schafft nur ein starker trainer ja sicher ob du nennst die dinge bei namen du weißt dass ich der beste bin und weißt du was ich weiß sowieso ein paar von des negativen für dich fahren weil du unsere pokémon auf unsere pokémon auf wurde von 1 gegeben hast hätte ich nur irgendwie vor einer sekunde vergessen so sehr sehr auf dich und und so bleibt kaos nur noch dass er kühne halt dass er findet sich zwischen schleiter und weitburg wenn ich mich gar nicht erinnere was das denn jetzt ist es vorbei ist doch nicht mal verletzt was soll das denn als ich meine zum fernseher los nachrichten irgendwas ach du meine scheiße was ist denn da passiert die szene die sie eben sagen stammt vom ortsgeschehen sie wurde von einem zufälligen anwesenden kameramann aufgenommen da 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 ist man wirklich sprachlos möglicherweise wird etwas am see freigelegt hier ob ich sagen das war eine explosion aber wieso das am see der kühnheit lassen da draußen gehen ich mag ich mache mir sorgen um den ort kinder selbst wenn ihr die treppe untergeht kassel ist auch aufbrechen sehr bederft im auto das könnte nachweben auftreten zum see der kühnheit weil wir uns irgendwas da passiert ich habe mich jetzt echt sorgen was da los war ich weiß dass die galaktik die galaktik werden muss zum maul haben die schweben gerade ich hatte keine es hatte keine natürliche ursache hey leute leute habt ihr das nicht gehört haben sie der kühne sollte selbst zu einer mega explosion gekommen sein aber jetzt ist wohl alles wieder in ordnung war wohl nur sehr laut ob ich habe mir auf dem auf die sorgen ich habe das ungewiss gefühl ich hatte es kann wohl niemals still sitzen kann ich möchte nicht zu viel von den verlagen aber du musst zum sehr kühnheit also solch eine explosion ist dort wohl kaum alles in ordnung ich habe keiner was passiert du musst herausfinden foto aufbricht muss ich waren unter dem nichts was gefährlich werden könnte wir an der helfe sobald wir haben sie dabei nach dem rechten gesehen haben kann es auf sich auch versprochen klar ich habe ganz schnell jedes leute das thema na da an sonic play ich hoffe dass wir auf deine stützung sehen können als meine stimme klingt schon wieder ganz schön komisch so jetzt geht es ein bisschen besser wieder ich hasse trocknen ein trockenen hals ja hoffentlich so klar mit vater strahlich das ist und ich dürfte dann immer was zum da fahrrad einfach mal so rein auf zum see das nicht hier kann man gegen die kämpfe sogar wenn man will verdammt da rein los hier ist doch was passiert ihr wart das ihr schweine hier haben körper tors möchtest du kannst du anschließend hilfes im match zappeln ich glaube er umgekehrt wäre das richtig du willst wir den rum zappeln und so war ich dir sonic play los geht's jetzt die play rollen wir ordentlich mal auf das feld sonic play hydropumpe wir müssen zum seger er zudem zur höhle wir müssen das weg der pokémon retten glaubst du kannst du nicht play besiegen glaubst du das schlöschte neuigkeiten das darfst du nicht oh man die haben echt probleme diese voll idioten ich glaube wenn ich jetzt ms besprochen hätte ich glaube hätte dasselbe gesagt ach du meine fresse das ist die galaktik hat keinerlei verwendung für körper tor kannst du mit dem satz aufhören und ihn so aufzusprechen sorry ich stehe auf den satz weil die musik war mich schon aggressiv los geht's wir haben die galaktikbombe gezündet ihre sprengkraft war ein norm ja das sieht man und jetzt wird goldbad runter gemacht jetzt wird goldbad gemobbt nein es wird nicht mal rival gemobbt jetzt wird der gemobbt ich habe jetzt mit macht mir jetzt keinen spaß mehr tats zu mobben exakt leute irgendwie macht es keinen spaß mehr es geht einfach zu fix ich habe mir lieber spaß jetzt drauf die galaktik zu mobben du siehst du hast keine seele du hast kein leben warum hängst du dich deswegen noch nicht mal häng dich irgendwie macht es mir mehr spaß team galaktik zu mobben wirklich heute haben wir wirklich mehr spaß es ist irgendwie jetzt langweilig geworden tz mobben nicht nur weil ja weil wir stärken sondern ms hat mir den spaß weggenommen dann käme sie keine sorge sei sie böse bedankt sein aber der beweggrund ist der grund wenn dir als sagen wir mal kein anteil davon warum ist jetzt gesagt habe ich noch nicht mal es macht einfach keinen spaß dabei ist einfach zu stark bin test wird so stark umgebracht anstelle uns gespots werde ich dich für deinen widerstand bestrafen ich werde ich sowas von ausweichen junge ok bunkel bist du mich beeindrucken junge willst du das kannst du nicht also dein anzug macht deine klamotten macht mich so krank ich krieg davon augen krebs und ich war und wer ihr fragt es auf der gs kann euch so anzuziehen wie die hier da wäre ich zwar den übel zu augen krebs kriegen aber da wäre ich so wenn ich die aggressionsprobleme hoch fünf bekommen nicht auf zehn sondern auf fünf wer wagt das ich sag's euch und du bist doch und das doch ja nichts werde ich gleich zu staub zerbeißen na hast du noch nicht genug so charmian du bist die hübsch du bist hässlich ich wüsste keine katze die mit ihr ausgeben will gehe ich erhängen so erledigt so ich war es der eine strafe erhalten hat wow er hat er hat herausgefunden jetzt hat er einen komater kennt von team galaktik eine nenne kennt die sowohl auf ihrem schluss da wird der post sehr freuen alles für alle und das beste für team galaktik ich kenne dich doch du bist auch das kind das eben genau das gebäude von team galaktik überfallen hat jubel das sollte sich schämen dass sie sich von einem kind in die knie zwingen lässt ihr team galaktik in den weg schnell wird die konsequenzen spüren jeder noch so kleine biebs gegen uns wird von uns übertönt jetzt wer hat er den dritten kommander der vier kommander von team galaktik saturn natal marvel zockt kannst du mal bitte aufräumen der macht mich gerade aggressiv kein problem klaus danke los weißes war auch wenn es stark noch mal beiß zu so ich glaube auch gefreut sich dass er auf einmal so starkes team geht es in meinem team hier kraft kolossierter gescheit verkauft nuss lasse ich alles aufrüsten so natürlich habe ich ja in meinem lösungs buch auch etwas zu peter und wie die fast lasst mich mal nachschauen hier wie fast er hat nur noch eine attacke aber die brauchen wir nicht dies scheiße sei es zu sagen wie die fast jetzt hat jetzt alle attacken drauf dieses lernen sollte jetzt müssen wir nur noch mit die fast gewinnt und ich werde eine tacke vorführen wie die fast kraft koloss so talk sie kann wenn du das überlebt also das ding hardcore scheiße das sieht nicht gut aus marnese k kannst du mal wieder einspringen sehr gut man ist das immer da wenn wir es brauchen bei ist ich habe heute eigentlich schaufler einsetzen nebenbei ist der letzte part für meine heutige session ich will heute dann aufhören wenn ich dann diese session abgeschlossen haben diese part und jetzt wirst du nieder gemacht so baunese kars böse geworden guckte euch doch mal sein blick an also ich würde mich nicht bei mir waren es kalt anlegt nicht mehr die erst gefährlich geworden zwar wird msc auch als knack passen aber er hat die erz und luxtra er soll ich damit glücklich umsetzt er war der erste der die letzte weiter tätigungsstufe erreicht hat wenn es drei gab ich liebe die fast der muss ja nur einmal entwickeln und ja jetzt legt man ist gar das ding aufs kreuz gewonnen gut gemacht baunese k du bist da jetzt verstehe ich warum du so gut so gut trotzdem kannst selbst ich ein commander kann uns gerade mal etwas zeit verschaffen aber es ist schon in ordnung so ein kämpfer wird niemals schaffen gegen den strom der zeit zu schwimmen ohne unterzugehen team galaktik wird die drei legendären pokémon aus den seen empfangen und mit ihren kräften werden wir ein vollkommen neues universum schaffen was soll mittlerweile das pokémon vom see der wald gefangen haben oh mein gott Wir müssen dann auch nach zum see der stärke also wir werden auch tels auch noch helfen müssen Da oben ist das see zerstört auf der karte Doch leider brauchen wir um zum see der stärke zu kommen eine vm die können wir auf dem weg finden Und Eine einen orten und zwar den orten von blitzschafel das heißt du musst nach renner kampf noch vorher machen Und derzeit wird erst mal schnell Und ja wollte man wissen wie spät ist krabb an mir ist und welche tag wir haben wartet war leute Ich halte es mal auf die 17 So seht ihr erst mal das datum was bei mir heute auf dem kalender steht Heute kam nämlich der erste fahrt von pokémon platin raus Das böse fahrt Keiner hat bis jetzt kommentiert Ich bin doch sowas traurig wenn niemand kommentiert weil Sowas finde ich doch geil da kann ich mit euch auch reden Und jetzt heißt es der wie spät ist es überhaupt mal leute So schwäß ich jetzt bei mir Oh nein Ausgezeichnete timing die galaktische schon so und das weg der pokémon Die musst du dir helfen Alter doppelkampf Unsere aufgabe ist es sich zu ihr zu halten hinzuhalten und dessen job erledigen wir jetzt Um der welt frieden zu bringen müssen wir sie zuerst beherrschen Eine schöne theorie Geht das überhaupt in der praxis dass man wirklich erstmal beherrschen muss um einen dem frieden herzustellen ich weiß auch nicht Ich weiß wirklich ob das wirklich stimmt Du machst schaufler gegen kli bunke Parferno legt charbian aufs kreuz Na dann So Er hat eingegraben Lebendig begraben Aber guck dich mal Parferno an wie der guckt hier mit seinem geilen blick Nein Mach mal einen kräftigen flammenwurf Also ich finde den flammenwurf richtig geil Und ja Geschafft So Jetzt kommt noch eins Kramorx Kramorx wird uns abmurksen Das können wir nicht zulassen Brände zu Asche So jetzt ist der Auen Ich meine Parferno hat level 50 Und jetzt auch mal Onesica Ich habe glaube ich ein ganz starkes Team Verlieren wir auch einen Teil meines Stops Dies das sagen hat bereits geholfen Bis die jungen das zu verstehen Ja wir sind alle zu jung Bis zu jung zu sterben Ich befordere deine Pokémon in die Erdumlaufbahn Wir bekommen einen ordentlichen Bonus wenn wir diese Mission wenn diese Mission ein Erfolg wird Wie viel denn Gar nix Ich werde ich über abmurksen Okay Jetzt dieses Team Schaufler gegen Skonkapu Tempo Aber man merkt schon Onesica ist ein sehr starkes Pokémon Ich weiß zwar nicht wer das stärkste sein wird letzten Endes am NSAP ist das werden wir dann auch herausfinden Aber erstmal sehen wir weiter Oh ich glaube die werden ja alle noch zerfisstet von uns hier Kein Pokémon wird Leben letzten Endes wenn ich alle umgebracht habe Besonders freue ich mich schon auf die epischen Syrus Kämpfe Die uns zu erwarten werden Also wir werden noch öfters gegen Syrus kämpfen Und ja Ich freue mich schon auf den nächsten Kampf gegen ihn Der wird episch Ich sag's euch Drachenklaue Tempo hieb In dein Maul Ja ich werde MSC auch demnächst wieder rausholen In deinem Kopf gibt es auch einen Umlaufbahn Alles dritt im Kreis Damit hat sich das Thema Bonus war ledig Eine epische Tragödie Sie ist wirklich episch Wer würde dich zerfissen Schauen wir mal nach Ich würde Sonic Blade die Ehre geben Nicht umzubringen Dieses Gesicht Es weckt schlimme Erinnerungen Ich meine das was beim Windkraftwerk vorgefallen ist Wegen dieses kleinen Vorfalls Habe ich eine Menge Ärger gekriegt Was machst du für ein Gesicht? Töne es dich doch noch an mich Schön was sollst du auch Ich sag's dir wer ich bin Ich bin Mars Kommander von Team Galaktik Zumindest einer von ihnen Was stellt ihr da Irgend so ein Liebespärchen Das zur Hilfe eilt Ähm 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 Ich hab keine Ahnung Keine Sorgsichtige Ringsehe Werdet alle zugrunde gehen Ach du Scheiße Na dann Mars Nimm das So Sonic Play Sonic Play wird aufräumen Gib mir Ich sag mal Es war saures Scheiße So So Eiszahn Scheiße Verdammt Verdammt So Jetzt bist du Das war down Da holt Den Grab Pokémon wechseln Ich weiß wer jetzt kommt Das beste Mitglied Für diesen Job Mayonnaise KIP Maneska wird hier Ordentlich mal aufräumen Vielleicht nehme ich mal Wochenende Ich weiß nicht Ob ich da die Zeit kriege Ein Part auf Mit Mayonnaise KIP Ich hab das Gefühl Maneska sollte auch mal dabei sein Was meint ihr dazu Schreibt es mal in die Kommentare Wollt ihr öfters mal Mayonnaiseka IP In meinem Team sehen Ne Mal als Livecast Das wäre auch mal eine schöne Sache Ich überlege gerade was Was wollte ich nicht gerade sagen Irgendwas wollte ich gerade sagen Ich überlege gerade Ach das können wir mal machen So als Umfrage Das wäre auch mal so eine Umfrage Natürlich habe ich schon dazu Zwei Ich möchte mal sehen Was ihr drüber denkt Und zwar geht es um Minecraft Together Zweite Staffel Ihr kennt Ihr wisst ja Dass man In der ersten Für meinen Partner Für das IPT Lukas war Wenn ihr zu weit Wer mein Partner sein soll Jetzt Lukas oder ein anderer Schreibt da mal in die Kommentare Wer sollte denn mein Partner Dafür werden Ich weiß Ich hab's ja schon entschieden Wer Wenn ich nicht Aber vielleicht Stimmt ihr mich ja um Wer weiß Ihr entscheidet Ist schon mit Ja aber ich möchte gerne Wo gesehen Wer Wollt ihr eigentlich Im Der zweite Ich darf er als Hauptpartner Aber das heißt Der am meisten Mit mir aufnehmen wird Da ich gerade derjenige Der mit mir aufnimmt Braucht keine Live-Gast-Teilnahme Anmelden Der ist sofort drin Ich hab nämlich gedacht Mal so ein bisschen Jedes Staffel mal Den Partner zu wechseln Mit dem ich dieses IPT zusammen mache Das ist nämlich So meine Idee Auch wenn das Auch wenn die Idee Ursprünglich von mir Und Lukas kam Aber jetzt kann ich gesagt Ich soll mit Lukas Weiter zusammenarbeiten In dem Punkt Das könnt ihr ja entscheiden Immer und immer wieder Ja ist leider so Ich hab schon wieder verloren Zuerst mal bin Kraft weg Und jetzt am See Der Vorheit Das büßt du mir Ein Commander von Team Galactics So ein Missgeschick Nicht passieren Ruhig jetzt Mars Mein Partner habe ich Man erledigt Meine Mission war es Das Pokémon aus dem See Zum Hauptquartier zu bringen Stimmt Ich hab meine Mission Ohne Probleme erfüllt Hahaha Leute wir ziehen uns zurück Da war es bei dem Hauptquartier Wir müssen die Pokémon Das drei Seen miteinander verbunden Da ist das zu uns Großartige Leistungen Erstehen hier eine Höhle In Just dieser Höhle Schlief das Pokémon Wesprit Wesprit Auch gesagt Um den Seinen zu helfen Das hat perfekt gepasst Und einfach zu fangen War es auch Ha Und da haben wir jetzt alle Wesprit das fühlende Wesen Turbo ist das starke Wesen Selve das wissende Wesen Jetzt darf ich sie all den Unsere Gewalt haben Ihr könnt euch gar nicht vorstellen Was Team Galactics Vor euch vorbereitet Jetzt verstehe ich Das ist also am Sinn See der Kühne Ein weiteres Regedäers Pokémon wurde vom Team Galactics Entführt Ihr beide habt mit einer Gruppe skrupelloser Kriminelle aufgenommen Allein dass ihr umschadet Davon gekommen seid Ist eine Freude Was aber mit den Täts der Stärke Ist Täts in Sicherheit Niemals Täts hat sich überstanden Da habe ich ein bisschen Auf die Story Bisschen klein wenig Vorspoilern Täts hat sie geschafft Ihr zergehört Die haben das Pokémon Täts hat sich geschafft Er hat versagt Aber warum hat er versagt Das erfahren wir noch früh genug Sobald wir es zum See Der Stärke geschafft haben Ein Ziel ist Und jetzt wird es auch sein Das Glück Alle Legendären Einzufangen Auch Westbrit Leider muss ich mir noch Ein X-Bad anschaffen Damit ich uns Die Legendären festhalten kann Weil es nämlich Ein herumwandertes Pokémon Das heißt Es wandert ständig hin und her Jetzt mal abgesehen davon Dass die Items sind Wir trainieren noch schnell Was hat die dazu Ich mache noch schnell hier durch Dass wir noch schnell Erkunden Und dann geht es los Ich nehme einmal Noctur bei Mit den Noctur Hast du nie gewonnen Wow Schöne Aussprache Sie hat ein Noctur Toll Ich habe ein Sonic Play Und Sonic Play Kann das hier Down Vielleicht trainierst du ein bisschen Offscreen Ich weiß nämlich Ob ich ein Offscreen Training Jetzt nachziehen lasse Um die Pokémon nachzuholen Dass ich die Levels nachholen Sie sollten alle schon ein bisschen einheitlich sein Wir haben uns das Beste gegeben Das alles was zählt oder Weil ich denke Sie sind Das so besser Ich würde dann Gokos Ein paar Mal trainieren Ich bin stark 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 Bla Wirklich Ja Ich bin stark Jetzt bin ich bereit Wow Das mich erschreckt Du wirst gleich verstehen Wieso Wieso Du Dieses TMG gesehen hast Was kann die Versuchst dir Ganz einfach Worte zu erklären Angenommen Der Gegner verwendet Härter Und erhöht Seine Verteidigung Wenn ein Pokémon Jetzt Zysho plus Verwendet Erhält es die gleiche Verteidigung Bei Verwässerung Wie der Gegner Das bezieht Sie auf Alles das Veränderung des Gegners Und jetzt Du Arschgesicht Werde ich Grün erforscht Das sage ich Ein Trainer Das muss ich nachgehen Auf jeden Fall Noch der und dieser Ninja Da oben Und dann haben wir es Geschafft Für diesen Part Schaffen wir das Wir schafft das Hyperstrahl So Es hat Eiskalt Erwischt Bringst du So nix Gars kann Er kann die Angreifen Leiter Hydro Hydro Pumpe Nein Nein Wieso Verletzt Ich Ne Dauert Selbst Es gibt Donne Wir kriegen Nicht mal Sein Poker Platz So Das wir Nehmt jetzt Wieder Manessica Ich muss Erster Manessica Sehr nützlich Im team Ich bin froh Er ist für Manessica Haben Weil der Kann uns Wirklich Weißes Helfen Ich glaube Der wird In der Liga Auch Sehr Nützlich Sein Besonders Gegen Das Eide Poker Von Cynthia Brauchen Wir Knack Der Kann Ich Zu Sehr Auf Gibatina Verlassen Selbst Wenn Ich Gibatina Hab Es Daum Es Gibatina So Viel Kraft Hat Dass Es Mit Den Ander Mithalten Kann Das Wiss Der Bedarf Ein Langes Offscreen Training Um Gibatina Selbst Stärke Beizubringen Aber Wir Wenn Ich Mal Schätzen Darf Wie Viele Parts Wir Brauchen Gib Mir 10 12 Parts Maximal Dann Haben Es Geschafft Dann Dürft Ihr Kennen Lernen Sehr Stark Das Kennenzulernen Ist Richtig Cool Ich Denke Mal Das Bei Lösungsbuch Im Tonat Fernse Wochenende Dann Kann Ich Nämlich Es Auch Nicht Vergessen Vielleicht Nämlich Ich Morgen Noch Mal Ein Part Auf Wer Weiß Okay Machen So schnell Platz Ja Ist Eine Überlänge Schlechtkeit Ist Die Waffe Ist Ninja Kannst Du Mithalten Okay Also Wir Haben Schon Überlänge Ich Mach Das Noch Schnell Fertig Mit Euch Danach Welch Den Port Selben Es Auge Das Mit Euch Aus Die Training Noch Mal Ein Überlänge Mache Weil Ja Ich Möch Das Auch Abschließend Ich Dass Dann Sofort Richtung Blätter Aufbrechen Mal Blitzsache Ist Eine Ziemlich Weite Umgebung Also Ich Kann Es Sagen Blitzsache Ist Nicht Klar Um Die Ecke Ich Kann Euch Auf Der Karte Zeigen Wo Wählen Müssen Ich Glaub Da Rette Mir Weg So Was Hast Du Noch Am Angebot Das Lass Ich Verbrennen Das Lass Ich Eiskal Verbrennen Von Panferno Und Hat Geforzt Schämtisch Es Geht Aber Mal Gar Nicht Nein Überhaupt Ne Geschafft Ich hab Viel Dafür Geteilt Damit Ich Auch Gut Kann Ja Hast Du Auch Wir Sind Jetzt Endlich Angekommen Und Hier Bin Ich Der Part Im Nächst Mal Geht Es Hier Weiter Wenn Es Euch Gefallen Hat Dann Schreibt Deine Kommentar Und Vergiss Das Werte Nicht Wir Sehen Uns Dann Beim Nächst Mal Wieder Also Bis Dann Leute Geht Geht Geht